Das ist für den Herrn-Stein-Plan, Freddy. Das liebt er so, das Knittelfeld liebt er so, und er liebt die Kirche, er liebt den Bahnhofsplatz, Züge, alles hat er so gern, hat er gesagt. Ich werde ihm einmal Glauben schenken, unserem Herrn Freddy, und er werde für ihn eine Radbundig gefahren, und das am Nationalfeiertag, und das mit einem Rad, das keine Bremse hat und freihändig, mit der Kameraführung, Scheiße. Und das, der Vorschnitt, ich, die Polizei habe ich auch gerade gesehen, die darf mich nicht erwischen, ich bin frei, die Kameraführungstechnik mache, und sagt sie, sie sind ein hoher Psychiater, ein hoher Informatiker, sagt dann die Polizei, die Exekutive zu mir, das dürfen sie nicht, sie müssen doch ein Vorbild sein, sie wollen doch ein Sandler sein, normal dürften sie gar nicht Radfahren, sie müssten in den Markt, ich sage, ja bitte, machen sie einmal eine Ausnahme, ich mache das ja für den alten Bekannten, der Knittelfeld so sehr liebt, er ist ein scheier Steinplan, Freddy, sage ich zu ihnen, ja, dann machen sie vielleicht einmal eine Ausnahme, die Ausnahmeil ist ständig im Umbruch, die Zeilingerbach, da, man sagt ihnen, ich weiß nicht, ob das stimmt, da hätten sie vor langer, langer Zeit die Badewannen gestohlen, und beim Zeilingerbach runtergelassen, und unten rausgelassen, ohne sie zu bezahlen, wer weiß nicht, ob es stimmt, das ist nur mein Bericht, ich weiß es nicht, das ist schon Jahrzehnte her, hier ist die letzte Fabrik im Eichboden, kann man sagen, dann gibt es nichts mehr, kann man sagen, dann sind wir völlig heruntergewirtschaftet, durch die Kunst der Betriebswirtschafter, die alle studiert haben, 100 Magistertitel, aber alle Firmen in den Grund gerichtet haben, kann man sagen, ich weiß nicht, ob man das so öffentlich erzählen sollte, also ich bin jetzt überhaupt nicht müde, das ist auch für die Freude, obwohl ich fahre schon so lange, dieser heilteren Kultur, so, das ist auch wieder für Freddy wieder eine Aufnahme, vielleicht kann ich es mal einbauen, hier, Bahnhof, Bahnhofsgelände, das hat er abgebildet, das auch, das auch vielleicht, das könnten wir ja auch mit abbilden, das kann ich schauen, das kann man ja auch abbilden, das kann ich schauen, tun ich dann los aufzählen. Das war's für heute.